Heute sind wir bei Raphael Waser und machen wir als Storrenmonteur EFZ bei der Firma Grieser in Malanz. Als Storrenmonteur montiert und demontiert man Sonnenschütze. Man hat mit verschiedenen Materialien zu tun, wie Holz, Beton und Backstein. Man montiert viel mit Bohrmaschinen, mit einem Skyworker oder mit einem Gerüst. Meine Arbeitskollegen sind alles gemütliche Leute. Wenn ich etwas nicht weiss, kann ich gleich fragen gehen und bekomme immer eine kompetente Auskunft. Das finde ich sehr cool bei Grieser. Wenn man bei Grieser arbeiten will, soll man vor allem Motivation mitbringen, damit wir zusammen etwas erreichen können. Vor allem arbeiten wir viel von aussen. Das ist sicher wichtig zu wissen. Ihr habt jetzt meinen Alltag gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewirkt jetzt.